Herzlich willkommen zu The Secret Source of Innovation. Schön, dass du eingeschaltet hast. Möchtest du selbst nicht nur zuhören, sondern auch deine innovativen Gedanken mit unserer Community teilen? Oder kennst du einen spannenden Interviewpartner oder Interviewpartnerin für uns? Dann schreib uns gerne auf LinkedIn. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode The Secret Source of Innovation. Heute freue ich mich, Michael Radelsberger bei uns begrüßen zu dürfen. Michael ist seit vielen Jahren eine prägende Figur im österreichischen Fernsehen oder eher in dem Hintergrund, wo er in verschiedenen Führungsrollen, unter anderem in den Bereichen Corporate Finance, Business Development und Commercials tätig war. Seine umfassende Erfahrung und sein tiefes Marktverständnis haben ihn zu einem wichtigen strategischen Antreiber des österreichischen TV-Marktes gemacht. In seiner aktuellen Rolle als Geschäftsführer der Sky Austria leitet Michael unter anderem auch die Weiterentwicklung der Geschäftsstrategie. Und hier liegt sein Fokus besonders auf neue innovativen Produkten, auf neuen Services und neuen vertriebsorientierten Ansätzen, um den sich wandelnden TV-Markt, die Kunden und die Technologien, die sich dort auftun, in neue Produkte und Services zu überführen. Es ist mir eine große Freude, dass wir dich heute bei uns haben. Herzlich willkommen, lieber Michael. Schön, dass du da bist. Schönen guten Morgen, Giordano. Und vielen Dank für die Einladung. Die Freude ist ganz meinerseits. Sehr gut. Habe ich denn was vergessen in meiner Vorstellung? Nein. Wie bist du zu dem geworden, was du heute so bist beruflich? Also ich glaube, du hast alles voll umfassend erwähnt, was es zu erwähnen gab. Und wie bin ich es geworden? Das war ehrlicherweise wahnsinnig viel Glück und dann noch ein bisschen Glück obendrauf mit Vorgesetzten und Teams zusammenzuarbeiten, die mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht haben, die mir spannende Themen überlassen haben, von Sportrechtebewertungen zu Gesamt-Business-Modellmodellierungen, neuen Produktlanges. Das waren einfach immer spannende Phasen. Es ist nie langweilig geworden und so ist die Reise dann von Tag zu Tag, Woche zu Woche und Jahr zu Jahr ausgebaut worden. Sehr spannend. Vielleicht einen kurzen kleinen Ausflug ins österreichische Fernsehen. Ich meine, so die Grundlogik ist ähnlich wahrscheinlich auch wie im Deutschen. Gibt es irgendwelche Besonderheiten, wie vielleicht ja gelernt im Telekommunikationsmarkt Österreicher doch auch immer so eine Art Testmarkt auch wahr und ist? Ist das irgendwie im TV ähnlich oder ist das eigentlich einfach ein ganz klassischer Medienmarkt? Ja, ganz klassisch ist er tatsächlich nicht. Auch da spielt der deutsche Markt tatsächlich eine Rolle. Es ist in Österreich so, dass wir einen sehr starken und dominanten öffentlich-rechtlichen haben. Das ist der ORF. Der ist auch ähnlich finanziert, wie das in Deutschland die öffentlich-rechtlichen sind. Dann haben wir natürlich den privaten Markt. Der ist aber in Österreich eben anders als in Deutschland sehr davon geprägt, dass die deutschen Privaten sehr stark einstrahlen in den österreichischen Markt. Also die ProSieben-Gruppe und auch die RTL-Gruppe versorgen auch den österreichischen Markt sehr stark, was natürlich für die österreichischen Privaten noch mal zusätzlich Druck auf den Kessel bringt, weil neben dem starken öffentlich-rechtlichen, neben den lokalen Privaten hast du dann auch nur sozusagen diese Deutsch-Privaten, die einstrahlen. Und deswegen ist auch der österreichische private Fernsehmarkt nicht mehr besonders groß. Da gibt es in Wahrheit zwei, drei Anbieter, die sich da noch halten. Einer davon ist ServusTV, der im Red Bull Media House sozusagen aufgeht. Also es ist schon ein ziemlich umkämpfter und fragmentierter Markt, wo die Dominanz der überregional und zunehmend auch globalen Player schon spürbar ist. Und wie hast du die letzten Jahre, sag ich mal so, das Konsumentenverhalten, die Nutzung, die Veränderung der Nutzung beobachtet? Gibt es da so ein paar, sag ich mal, einschneidendere Blöcke, die du dir vielleicht berichten kannst? Oder wie guckst du so auf die Veränderung des TV-Markt ist die letzten Jahre drauf? Ja, es gibt so ein lachendes und ein weinendes Auge, glaube ich. Also einerseits ist es so, dass der Medienkonsum oder der Konsum von Inhalten ja eigentlich stetig steigend ist. Wir sind ja heute bei einer Mediennutzung pro Tag von, ich glaube, noch 520, 530 Minuten in Österreich. Und das ist natürlich vor allem der Tatsache geschuldet, dass es irrsinnig viel Medienangebote gibt. Von diesen 522 Minuten, was sind das so ein bisschen über 8 Stunden pro Tag, empfahlen ja immer noch 3 Stunden rein auf TV. Das heißt, der Löwenanteil innerhalb dieser Mediennutzung ist immer noch TV. Und insofern ist das eigentlich eine gute Nachricht. Es gibt eine Nachfrage nach guten Inhalten. Ich glaube, das kann man mal festhalten. Wenn man dann so ein bisschen in die jüngeren Zielgruppen reinschaut, dann offenbart sich, glaube ich, auch was. Und das Problem, dort sind es nicht mehr drei Stunden, die TV genutzt wird, sondern nur mehr knapp über zwei Stunden. Also es gibt da sozusagen eine Verschiebung in der Nutzung. Die nützen genauso lange Medien, sie nützen nur andere Medien. Und was natürlich die traditionelle TV- und Medienbranche so ein bisschen verabsäumt hat, ist diese Nutzungsformen frühzeitig mitzunehmen und mitzudenken. Ich rede jetzt davon, dass man die Social Media mit Content angerechnet hat und das natürlich einen großen Teil der Nutzung wegnimmt. Es sind aber auch ganze Geschäftsmodelle umgekrempelt worden mit dem T2C bzw. OTT-Business, mit Netflix als Branchenprimus. Und alle diese Entwicklungen haben die traditionellen Medienhäuser einfach erst spät, teilweise gar noch nicht, auf ihrer Agenda gehabt. Aber in Summe ist der Markt eigentlich erwachsen. Das muss man, glaube ich, immer als positives Vorzeichen vorne dran stellen. Die Frage wird jetzt also sein, wie schaffen es denn auch die traditionelleren Häuser, diese neue Welt zu transformieren, migrieren, wie man das bezeichnen will. Das heißt, ein Ziel muss sein oder kann sein, sozusagen in die Welt dann der Streamer rüber zu gehen und sich dort zu positionieren? Oder was heißt das, sich anzupassen und dort reinzunehmen? Also ich habe jetzt natürlich nicht die eine Lösung für alle Medienhäuser. Ich glaube, das muss jedes Medienhaus so ein Stück weit für sich entscheiden. Aber es gibt ein paar Metatrends, die gelten eigentlich für alle Medienhäuser. Und ich glaube, die sind auch nicht neu. Also das Stichwort Digitalisierung geistert in der Medienbranche schon sehr lange herum. Es passiert halt jetzt wirklich. Also die Geschäftsmodelle werden voll digitalisiert, von der Contentproduktion über die Distribution bis hin zum Kundenmanagement, bis hin zu Billingservices. Dieser Zug fährt halt jetzt mit einer ziemlichen Geschwindigkeit, einfach weil die ersten voll digitalen Produkte, Stichwort Netflix, Stichwort Amazon Prime, die sind halt am Markt und die geben eine gewisse Kostenstruktur her und die geben eine gewisse Skalierung her, dass die traditionellen Medienhäuser so nicht abbilden konnten oder noch nicht können. Das ist der eine Metatrend. Und das andere, was natürlich passiert ist, man muss sich glaube ich überlegen, wenn wir entweder in die strategische Rolle des Content-Aggregators gehen, also sozusagen versuchen auch Drittinhalte bei sich zu bündeln und ein möglichst breites Angebot abzugeben. Oder geht es eher in die andere Richtung, dass man sich sehr spezifisch auf Nischen-Content oder auf eine bestimmte Art von Content fokussiert. Was aus meiner Sicht nicht mehr funktionieren wird, ist sozusagen einfach wahnsinnig große Masse zu produzieren, weil die Masse, die da draußen global produziert wird, ist so unglaublich groß. Du wirst da kein Durchdringer mehr haben. Diese zwei strategischen Richtungen zu entscheiden, Aggregation versus Spezialisierung, ist glaube ich so der zweite Metatrend, wo sich die Medienhäuser entscheiden müssen. Ja und dann ist man wahrscheinlich schon beim zweieinhalb bis dritten Metatrend, der auch nochmal umkrempeln wird und das ist natürlich die ganze Frage nach künstlicher Intelligenz, die sich jetzt nicht höher hängen will, als es ist. Also ich bin jetzt keiner von den Menschen, die glauben, dass sie das Leben von heute auf nächstes Jahr um 180 Grad drehen wird. Aber ich glaube, dass es einfach ein sehr starkes Handwerkszeug ist, das uns so in die Hand gegeben wird, um die Business-Modelle, die wir haben, besser und nochmal effizienter auszusteuern. Lass uns nochmal in die ersten Punkte reingehen. Das finde ich total spannend. Wo steht denn ihr jetzt bei Sky Austria in dem Bereich, wenn du sagst Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette, die ihr bespielt? Kannst du irgendwie sagen, auf dem Zeitstrahl, wo ihr da steht oder im Prozent und was ihr da schon alles auch gemacht habt? Weil das klingt natürlich nach einem gigantischen Berg, der da vor einem steht. ist. Das ist ein sehr schönes Sinnbild. Es ist ein gigantischer Berg und ich glaube, wir sind aus meiner Sicht bei Sky Österreich wahrscheinlich so zum Drittel da, würde ich jetzt mal sagen. Es ist aber auch deswegen ein Drittel, weil ganz, ganz viel Zeit, Arbeit und auch Ressourcen, auch finanzielle Ressourcen, ja erstmal reinfließen in die tatsächliche Planung und die tatsächliche Bestandsaufnahme, um zu verstehen, wie will man sich denn eigentlich digitalisieren. Wir sind jetzt mitten in der Umsetzung, unsere Coop-Systeme bzw. CRM-Systeme komplett neu aufzusetzen mit den dann eben auch voll digitalisierten Marketing-Clouds im Hintergrund, sprich die ganzen Customer Journeys, auch wirklich digital abbinden zu können. Daneben sind wir auf unserer Produkt-Dropen-App gerade dabei, sämtliche neue Produkte rein IP-basiert zu launchen. Das heißt auch dort Digitalisierung, Rückkanalfähigkeit, direkte Interaktion mit dem Endnutzer ermöglichen. Und dann ist natürlich der dritte große Baustein, dass du deine deine bestehenden Produktwelt und deine bestehenden Kundenwelten in diese neue Welt rüber migrierst. Das ist etwas, was wir wahrscheinlich so in den nächsten zwei bis drei Jahren abschließen werden. Das klingt jetzt wahnsinnig lange, aber es ist auch wahnsinnig komplex und da sind tausend Dinge zu beachten und wir sind mit Sicherheit da schon ein gutes Stück des Weges gegangen. Wenn man natürlich auch sagen kann, 2024 noch so über Digitalisierung zu reden, ist jetzt wahrscheinlich unbedingt verdient man keinen Lorbeerkranz dafür. Aber nichtsdestotrotz, wir sind glaube ich auf dem richtigen Weg und vieles wird sich dann auch entlang dieser Wegstrecke nochmal so ein bisschen von selbst ergeben, weil man wird natürlich dann drauf kommen, okay, so digital wie man sich die Customer Journeys vorgestellt hat, wird es vielleicht nicht 100% funktionieren, weil Retail doch nur ein wichtiger Vertriebskanal ist. Also man muss so ein bisschen die Spielarten dieser digitalen Welt dann tatsächlich auch erst kennenlernen. Und wie bist du das angegangen der letzten Jahre? Also ich höre raus, ihr seid ja schon auf dem Weg unterwegs sozusagen. Wie hast du das gemacht? Gab es da irgendwie, sag ich mal, bestimmte Aspekte, die dir wichtig waren? Hast du irgendwelche Kernteams etabliert? Ist das was, was viel durch Berater geht? Oder wie habt ihr das sichergestellt, dass das auch passiert? Also ein bisschen schon auch Operation am offenen Herzen, oder? Ja, ja ist es, weil du musst ja das bestehende Geschäft oder das Tagesgeschäft trotzdem nebenbei am Laufen halten und versuchst natürlich da nicht irgendwie irgendwas kaputt zu machen. Wir haben natürlich den riesen Vorteil, dass wir Teil einer starken Gruppe sind mit Sky Europe und auch der Comcast im Hintergrund und sehr viele dieser Themen, insbesondere die Produktteamen auf globaler Ebene ausgesteuert werden. Da geht es dann mehr darum, dass wir für den lokalen Markt die nötigen Anpassungen machen, also regulatorische Anpassungen, aber eben auch Marktanpassungen, weil Kunden vielleicht eine andere Art von Service wollen. Also es ist jetzt nicht in jedem Markt so, dass 100 Prozent der Zahlungen mit Kreditkarte basieren, sondern in Österreich sind halt andere, zum Beispiel die klassische Lastschrift noch eher wichtig. Und das sind so Tools und Kleinigkeiten, die man nachher mit implementiert, damit der Kunde servisiert werden kann, so wie es ihm beliebt, aber eben trotzdem in einer digitaleren Welt abgebildet ist. Das meinte ich auch vorher mit, es gibt dann immer wieder so diese kleinen Fallstricke, wo man dann im Alltag merkt, okay, eine Anbindung an diesen Bezahlservice ist super, aber Lastschrift funktioniert dort halt nicht, dauert dann einfach wieder Zeit und kriegt auch wieder Ressourcen, so einen Service nachher möglich zu machen. Okay, das heißt, das sind eigentlich große Transformationsprojekte, Digitalisierungsprojekte, die aber schon in einem gewissen, sag ich mal, Strom von oben kommen, auch schon Erfahrungen in der Implementierung in anderen Ländern haben und wo man sich dann quasi bei gegebener Zeit dann einklingt. Ja, ich glaube, das ist so die Pareto-Regel bei uns, so 80, 20, 80 Prozent dieser Digitalisierung werden getrieben aus der Gruppe heraus, was auch total wichtig und richtig ist. Die restlichen 20 Prozent versuchen auch die einzelnen Märkte so aufzusetzen, dass es eben für den jeweiligen Markt das beste Produkt hergibt. Und wie stellt ihr sicher, dass sozusagen, du hattest ja vorhin richtig beschrieben, dass in der jungen Zielgruppe beispielsweise immer noch zwei Stunden, ja, aber eben auch nicht drei, sondern nur zwei, dass sozusagen neue Zielgruppen, junge Zielgruppen, sag ich mal, sich dann in diesem zukünftigen Offering und Service von euch dann auch wiederfinden? Also ist das was, was ihr dann in dem Prozess auch mitdenkt oder ist es erstmal vor allem eine technische, sag ich mal, Umsetzbarkeit des Grundsystems im Hintergrund, wo dann wieder in Zukunft Services und Themenprodukte aufgedockt werden können? Man kann das glaube ich nicht so voneinander trennen, weil am Ende muss das Produkt ja genauso funktionieren, wie der Kunde das will. Und ob das jetzt der zukünftige oder der aktuelle Kunde ist, am besten bleibt das System so flexibel, dass es eine Vielzahl an Kundenbedürfnisse befriedigen kann. Das ist übrigens auch aus meiner Sicht die Schöne an der Digitalisierung. Wenn man sich einmal auf diesem mühsamen Weg gemacht hat und wenn man das einmal vom Kern richtig aufgebaut hat, dann wird es ein relativ flexibles System, das Ganze. Das ist natürlich immer nur komplex und man muss da immer wieder sehen, also ein bisschen hinterfragen, wie viel Komplexität braucht es denn wirklich versus wo baue ich mir sozusagen auch schon die Schranken für die nächste Flexibilität ein. Aber grundsätzlich ist man beweglicher als in der relativ analogen Welt. So, für die jüngere Zielgruppe ist es natürlich so, dass man sagen muss, okay erstmal, wo fällt man dieser Zielgruppe auf? Sprich, welche Kommunikations- und Marketingkanäle verwendet man? Auch die werden digitaler, aber das reicht nicht aus. Also man kann glaube ich nicht hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt einfach einen höheren Budget-Share digitales Marketing, dann ist alles gut, sondern auch die Ansprache selbst ist eine andere. Überspitzt formuliert, da wird nicht gesiegt, sondern man ist per du. Man will nicht mehr sozusagen in traditioneller Bildsprache, sondern mit einer wahrscheinlich aufmerksamkeitsstarkeren Bildsprache angesprochen werden. Also wenn man sozusagen die Kommunikation sich anschaut, dann hat man alleine da schon mal einen Blumenstrauß an Themen, die man so ein Stück weit anders behandeln muss. Dann geht es natürlich auch um die Frage, wie wird denn das Produkt wahrgenommen und wie wird denn das Produkt gekauft und konsumiert? Es ist kein Geheimnis, dass der Retail oder der Fachhandel für diese junge Zielgruppe nicht mehr das Mittel der Wahl ist. Das heißt, man muss auch da wieder in der digitalen Welt vor Ort sein. Man muss in App-Stores sein, man muss auf Webseiten sein, man muss Affiliate-Marketing andenken. Man muss vor allem aber die Journeys so denken, dass man sagt, okay, der schafft es auch mit wenigen Klicks von der ersten Kontakt hin zum finalen sozusagen Verkaufs- oder Vertragsabschluss wirklich komplett in dieser digitalen Welt zu bleiben. Da reden wir auch so Dinge wie, kann ich mich in einer App direkt für den Service anmelden oder muss ich wiederum wechseln in einer Browser-Welt? Das sind alles so, ich nenne es jetzt mal Kleinigkeiten, obwohl es keine sind, aber das sind Dinge, die man mitdenken muss und die in der Kundenjourney und auch der Kundenzufriedenheit einen Riesenunterschied machen. Und wenn man es nachher nur einen Schritt weiter denkt, geht es natürlich auch darum, welche Erfahrung haben sie denn dann, wenn sie das Produkt abonniert haben? Also wie nehmen die Content wahr? Wollen die serviciert werden im Sinne von, du brauchst irgendwelche Empfehlungsmaschinerien dahinter oder geht es eher darum, dass man so ein bisschen Leanback-Fernsehen, wie man so durchzappen will? Da tickt jeder Kunde so ein bisschen anders und das ist auch das Stichwort künstliche Intelligenz, das dort helfen kann. Nämlich zu sagen, geht es jetzt darum, eher fünf Top-Serien wieder auszuspielen und zu zeigen, Kunde XY hätte gerne diese Serien und schaut gerne diese Serien? Oder geht es eher darum, dass der jetzt gerade in einem Modus ist und sagt, nee, kommt zurück denen irgendwie einfach mal entspannen? Ich glaube, dass das zu kleinteilig ist, um da eine Antwort drauf zu geben, weil es nämlich auch sehr klar und deutlich wird, dass die Zeitspanne, die sich Kunden nehmen, um erstens einen bestimmten Inhalt auszuwählen, deutlich kürzer wird. Also anders gesagt, wir haben nicht mehr so viel Nerven, uns auf die Suche zu begeben. Und auf der zweiten… Beziehungsweise sind gewöhnt, dass uns die Algorithmen das natürlich alles sehr mundgerecht liefern. Richtig, genau. Das hat Vor- und Nachteile. Ich will das jetzt nicht bewerten, aber es ist nun mal, wenn man es einfach nüchtern betrachtet, ist es so. Und auf der zweiten Seite ist es auch so, dass auch die Aufmerksamkeitsspanne auf den Inhalten selbst immer kürzer wird. Das ist natürlich ein Spannungsverhältnis zu dem klassischen TV, wo man 20.15 Uhr Lagerfeuer, Fernsehen, 90 Minuten Blockbuster. Das funktioniert alles so nicht mehr in dieser jüngeren Zielgruppe. Es gibt auch immer nur Zielgruppen, wo das funktioniert. Und all das muss eben so eine neue Generation von Produkten und Content-Angeboten abliefern können. Was ich noch nie so richtig verstanden habe, wo eigentlich das Problem ist, wenn sozusagen die Kunden nicht mehr den Blockbuster von 20.15 Uhr angucken würden, sondern halt gestückelt, die Tage drauf auf dem Smartphone gestreamt in eurer App. Also wo ist für euch der große Unterschied, wenn sozusagen dort Konsumenten und Teilgruppen rausbrechen, aber am Ende ja es doch konsumieren? Nur halt vielleicht in einer bisschen anderen Art und Weise. Ist das dann vor allem die Werbeeinnahmen und die Themen, die euch dann wegbrechen? Oder wo beginnt da das System holprig zu werden? Oder ist es vielleicht gar nicht holprig? Man muss es noch anders zählen. Ja, also ich glaube, wenn wir produktseitig dort wären, dass man genau das herstellen kann, was du gerade sagst. Also man hat diesen Blockbuster dann eben verteilt auf verschiedenste Devices zu verschiedensten Uhrzeiten, verschiedenen Tagen. Man kann aber trotzdem relativ gut aussteuern, welche Werbeumsätze wo reinkommen. Man kann ausmessen, wo liegt wie viel Reichweite drauf. Und man kann im besten Fall dann auch noch die Abrechnung Richtung Hollywood Studios nach diesem Abruf machen, dann wäre es kein großes Problem. Nur die Welt existiert ja nicht. Also das ist ja auch im Hintergrund sehr zerstückel und fragmentiert. Es geht von der Reichweitenmessung, die dann schwierig wird, hinzu, dass die Produkte das teilweise einfach noch nicht obliefern können, dass du wirklich, egal auf welchem Device, zu welcher Uhrzeit, einfach seamless weiterschauen kannst. Was wiederum auch viel zu tun hat mit dem, wie Rechte für Inhalte und für Filme momentan verkauft und gehandelt werden. Was aber auch einen guten Hintergrund hat, weil natürlich einmal ein Stück weit das Thema, wie schütze ich denn meinen Content im Vordergrund steht. Und da haben die Hollywood Studios, die dann so einen Blockbuster für 200-300 Millionen Euro drehen, natürlich größtes Interesse daran, dass sie eine gewisse Sicherheit auch haben, dass das nicht irgendwo auf einem Server landet, der noch für das global streamt. Und so kommen dann Restriktionen auf Content-Seite rein, die wiederum verhindern, dass die Product Experience die ist, die du eben beschrieben hast, was wiederum die Monetarisierung schwierig macht. Also das ist so ein Pendel, das mal in die eine, mal in die andere Richtung schwingt. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass sowohl die inhaltproduzierende Industrie, als auch die Distribution, als auch die technische Infrastruktur, die aus Sicherheitsgruppen notwendig ist, sich dorthin entwickelt zu sagen, ja gut, am Ende des Storches ist es ein Content, den der Kunde heute irgendwie über irgendwelche Zugangswege sehen will. Eigentlich völlig wurscht, über welches Device, zu welcher Tageszeit, und es ist ja egal, ob das Breitband, DTH oder von mir aus Kabel ist, wir müssen ihm diesen Zugang gewähren. Aber es ist halt ein langer Prozess aller Gewerke. Das heißt, das was man gelegentlich ja so schon wahrnimmt bei einigen, dass man gefühlt ja dann die, ja, den Samstagabend auch noch am Sonntag gucken kann, etc. Das ist alles auch noch gar nicht so durchgetackert im Hintergrund, wie man sich das dann vielleicht vorstellt. Es ist einfach in Summe noch alles sehr, sehr kompliziert, und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, ein großer Teil der Content-Rechte ist Urheberrecht. Das ist jetzt nicht notwendigerweise dafür bekannt, das allerinnovativste Rechtsmaterie zu sein. Und dabei hat man mit Verwertungsgesellschaften zu tun, man muss Einzelverträge mit den einzelnen Studios, mit den einzelnen Content-Anbietern führen, und das alles, was man dort verhandelt, also ich sage jetzt mal 40, 50 Verträge, die da permanent im Hintergrund verhandelt werden, müssen ja zu dem technischen Setup passen und das hergeben, wie du es nachher technisch umsetzen willst. Und das ist immer so dieser Knackpunkt, wo es eben schwierig wird, weil es so wahnsinnig schnelllebig und dynamisch auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite trotzdem so ein starres Korsett ist, dass in Summe sozusagen ein richtig gutes Produkt herzustellen gar nicht so einfach ist. Ja, total interessant. Und deswegen sagst du auch so das ganze Thema CRM-Kundendaten, wissen, wer was dann konsumiert hat, dementsprechend andere Produktvorschläge machen, ist was, was halt auch noch nicht so reibungslos funktioniert, sondern einer der großen Baustellen, die es zu lösen gilt. Ja, absolut. Und das wird auch ehrlicherweise in unserer Branche niemals komplett weggehen. Man denkt zum Beispiel nur an die Frage noch, welche Sportrechte biete ich denn an? Wir sind alle drei bis vier Jahre in einem rechten Zyklus. Also Deutsche Bundesliga wird neu ausgeschrieben, Premier League wird neu ausgeschrieben, Tennis, Golf. Also alleine, wenn ich nur das Sportportfolio betrachte, dann ist es ja eigentlich jedes Jahr aufs Neue werden Verträge neu verhandelt und abgeschlossen. Und du weißt halt nie vorher im Vorhinein zu 100 Prozent, wie sieht denn mein Produkt eigentlich nächstes Jahr aus? Und das macht dann so eine technische Planung oder so eine Digitalisierungsstrategie wirklich extrem anspruchsvoll, weil du permanent auf diese Veränderungen reagieren musst. Also du kannst nicht hingehen und sagen, okay, in 2030 haben wir diesen Status erreicht, weil sich das einfach permanent in eine andere Richtung wieder dreht. Richtig. Ja, voll interessant. Lass uns mal zum nächsten Themenblock weitergehen. Man hört ja schon so ein bisschen raus, das sind dicke Bretter, die ihr da bohren müsst. Jetzt haben wir ja auch schon ein, zwei Sachen gemeinsam gemacht. Das Thema Kultur und auch Teams mitnehmen auf dem Weg der Transformation ist ja auch was Beachtliches, vielleicht bei euch sogar noch einfacher, als dann vielleicht auch bei den großen, sagen wir mal staatlichen Wettbewerbern, die sich da wahrscheinlich noch schwerer tun. Aber wie guckst du denn auf das ganze Thema Kulturwandel, Unternehmenskultur, Innovationskultur, genau, um das am Ende eigentlich ja hinzubekommen? Ich glaube, das ist die allerwichtigste Zutat für den mittel- und langfristigen Erfolg ist, weil du es wahrscheinlich nicht schaffen wirst, die eben besprochenen Themen in der notwendigen Geschwindigkeit immer nur sozusagen top-down zu steuern. Das wird nicht möglich sein, sondern du brauchst Organisationen und Kollegen um dich herum, die das jeden dort mittragen, die an jeder Entscheidung, an der sie stehen, zu überlegen, okay, was heißt denn das für das große Ganze wiederum? Und dieses Bewusstsein, dass jeder einzelne Teil des Ganzen ist und dass jeder einzelne diese Reise mitmachen muss, das musst du kulturell umsetzen. Das ist nicht einfach vorhanden, sondern das musst du tatsächlich umsetzen. Und aus meiner Sicht ist es nicht nur die Umsetzung, sondern du musst ein Stück weit dafür sorgen oder dich fragen, was braucht denn die Organisation für ein Skillset in Zukunft? Das heißt, da springen sehr viele Dinge wie Trainings mit, da springen sehr viele Dinge wie, wie schaffe ich denn, welches Skillset brauche ich denn vielleicht in einer Redaktion der Zukunft? Das sind Dinge, über die man sich im Alltag meistens keine Gedanken macht, weil man so in diesem Modus drinnen ist. Wenn du es aber ernst nimmst und wenn du glaubst, dass du in vier bis fünf Jahren eigentlich eine komplett andere Art und Weise zu arbeiten hast, dann müsstest du ja eigentlich heute damit anfangen und das müsstest du eigentlich mit der ganzen Organisation machen. Wir haben das bei Sky Österreich ja auch mit euch, also mit Hive, ein Stück weit angestoßen, indem wir uns mal einfach zwei Tage Zeit genommen haben, beziehungsweise zwei Tage haben wir uns zusammengesetzt. Wir haben uns eigentlich sechs Monate dafür Zeit genommen, um einmal aus der Organisation herauszufahren, wie versteht es denn ihr die Herausforderungen der Zukunft? Ohne einmal allzu konkret vorzugehen, was ich jetzt für Herausforderung sehe, sondern was sieht die Organisation, weil die natürlich ein viel, viel breiteres Bild genommen hat. Jeder einzelne von denen ist ein Experte in dem, was er tut. Der sieht jeden Tag Themen, wo er sagt, okay, das müssen wir verbessern, das müssen wir angehen. Und das einmal zusammenzutragen und in einer Art und Weise zu kanalisieren, dass man überhaupt darüber diskutieren kann, das ist aus meiner Sicht schon mal extrem viel wert und braucht einfach auch wahnsinnig viel Zeit, weil es eben nicht einfach ist. Also du musst die Menschen am Tisch bringen, du musst verstehen, was dich gerade antreibt und du musst das nachher so zu Papier bringen, dass du es eben vernünftig mit einem gewissen Ergebnis auch diskutieren kannst. Für mich war es ein ganz erstaunliches Ergebnis insofern, als du automatisch, ja, du schaffst so ein automatisches Gefühl der Zugehörigkeit innerhalb der Organisation, die wiederum dafür sorgt, dass diese Veränderungsprozesse auch intrinsisch motiviert sind. Also dass das Gefühl entsteht oder das Bedürfnis entsteht zu sagen, ja stimmt, wir sprechen über das eigentlich schon länger oder dieser und jene Punkt stört mich eigentlich schon länger, ich würde das eigentlich gerne mal ändern und ich kriege jetzt Ressourcen, um das auch anzugehen, dann haben die Kollegen und Mitarbeiter dann auch Lust darauf, das zu tun. Und das darf man natürlich nicht einschlafen lassen, muss man ständig dranbleiben. Auch ich muss mir da wieder jeden Tag aufraffen und sagen, was machen wir jetzt eigentlich als nächstes auf dem Thema. Aber ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, wie veränderungsfreudig dann Organisationen schon sein können, wenn man sie richtig nimmt. Ja, coole Antwort. Vielleicht noch eine Nachfrage zum Innovationskultur. Ihr seid ja ständig mit euren Produkten ja live. So. Und wenn man so durch die Branchen durchgeht, ist das ja gar nicht so viele Firmen, dass die eigentlich ja ständig mit ihrem Produkt live zu 100, idealerweise 10 Prozent funktionieren müssen. Wie bekommt man in eine Kultur, die ja unheimlich auf Fehlervermeidung aus ist? Ja, weil du musst ja einfach diese 100 Prozent Delivery sicherstellen. Da darf ja kein System ausfallen, da darf kein Mikrofon nicht gehen. Dass du in so einer Organisation, die darauf gepolt ist, auf einmal jetzt, sag ich mal, die neudeutschen Fail-Fast, Fail-Early-Themen reinkriegst, die ja dazu führen, per Definition schon, dass mal irgendwo wahrscheinlich was knarkzt und dass irgendwo mal was nicht funktioniert. Ist das ein Thema, über das du dir vielleicht auch schon mal Gedanken gemacht hast, dass das bei euch vielleicht besonders schwierig sein könnte? Ja, ist in der Tat so, wie du richtigerweise sagst. Wir haben halt unmittelbares Feedback. Also wenn du irgendwie bei einer Sportübertragung live auf Sendung bist und das Bild ist schwarz, das ist unangenehm, ja. Das merkst du schnell, gell? Das merkst du sehr schnell, ja. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch, wie ich vorher beschrieben habe, es ist ja nicht immer binär oder schwarz oder weiß, diese Prozesse hören zu treiben, sondern du kannst ja mal hingehen und sagen, okay, wir testen mal auf kleiner Flamme. Wir machen es vielleicht nicht unbedingt beim Premier League Top-Spiel, aber wir haben irgendwie eine Youth League Übertragung in der UEFA und da kann man dann mal versuchen, einen Remote-Kommentar anstatt einen Forward-Kommentar zu machen. Oder dann kann man mal mit den Grafiken rumspielen. Dann kann man mal vielleicht mit dem Content-Management-System Dinge so ein bisschen probieren. Oder man kann einmal auf Social Media zwei, drei Kanäle sie rauspicken und dort KI-Tools implementieren. Damit würde ich sagen, klar, du gehst jetzt nicht hin und sagst, okay, morgen drehen wir unser komplettes Broadcasting-Center runter und wir fahren jetzt alles nur mehr über IP, weil das wäre natürlich schwierig beziehungsweise unmöglich. Aber du kannst das über viele kleine Versuche trotzdem tun. Du musst nicht das komplette Business-Modell-At-Risk setzen. Das würde ich auch tunlichst vermeiden. Aber du hast ja jeden Tag hunderte kleine Gelegenheiten, um so ein Zeh ins Wasser zu halten. Und ich meine, dann hast du natürlich auch schnell den Case, dass es funktioniert und du kannst weitermachen. Das ist natürlich das Schöne. Dann ist es nicht nur ein Pilot im Sicheren, sondern es war ja dann schon ein halb Kalchensee unterwegs. Richtig. Man weiß dann auch, wenn das funktioniert hat, dann kann man tatsächlich schwimmen gehen. Ja. Ja, cool. Also ich bin gespannt. Also ich glaube, das Thema, was ihr da angestoßen habt, ist total wichtig. Ja, dass ihr da die Veränderung aus der Organisation herauskommt. Ja, dass diese dann von unten auch mitgetragen wird, weil sonst Leute gegen Wind mühen. Ja, genau wie du gesagt hast. Lass uns zum dritten Block noch schauen. Du bist ja parallel auch noch Geschäftsführer von der Sky Media. Also das ist ja die, ich glaube sogar, Dachweite oder Deutschland auch integrierende Einheit, wo es, wenn ich das richtig verstanden habe, um die Vermarktung auch viel geht. Wie guckst du denn so grundsätzlich auf das Geschäftsmodell, sei mal eines Medienhauses, wie ihr es seid? Und was muss sich da denn eigentlich in den nächsten Jahren verändern? Oder wo sind die Hebel, die spannend sind, gespielt zu werden? Sehr gute Frage, ja. Also ich glaube, der Weisheit letzter Schluss hat da jetzt tatsächlich noch keiner so richtig gefunden. Aber was zu beobachten ist, ist, dass sie die traditionellen Erlösströme in mehrfacher Hinsicht auflösen. Also das, was einmal rein klassisches Free-TV war oder frei verfügbare Medien waren, testet sie gerade in Richtung Bezahlschranke mit verschiedensten Ausprägungen. Aber es gibt ja, glaube ich, zum Beispiel Tageszeitungen, die mittlerweile auch Online-Portal haben, wo es gewisse Formen der Bezahl-Services gibt, sei es für einzelne Artikel oder Monatsgebühren. Also das ist der eine Trend. Und umgekehrt versuchen, die ehemaligen Bezahlanbieter in den Werbeerlös so ein bisschen Fuß zu fassen. Ja, das geht in beide Richtungen. Parallel dazu ist natürlich das Thema Skalierung etwas, das sehr umtreibt. Man merkt, dass es irrsinnig schwierig geworden ist, Content nur für lokale Zwecke zu produzieren, einfach weil es sehr kostenintensiv ist und du trotzdem immer in einen beschränkten Markt reinarbeitest damit. Das ist der Riesenvorteil der globalen Anbieter wie Netflix oder auch Disney Plus, die eben einmal eine Serie produzieren und dann global ausrollen können. Sprachlicher Thema, aber auch technischer Thema und rein natürlich auch von der organisatorischen Machbarkeit her Thema. Aber ist es nicht auch genau der Punkt, vielleicht ganz kurz eingehakt, genau, sag ich mal, die Nische, die überhaupt noch übrig ist für lokale Player und die dann vielleicht am Ende auch total spannend sein kann, wenn man diese Lokalität spielt? Oder siehst du sie einfach von der, von der, sag ich mal, Produzierbarkeit, Kostenseite nicht mehr abbildbar? Ja, ich glaube durchaus, dass die, also ich sehe das genau wie du, dass der große Vorteil für die nicht globalen kann es sein, in diesem Bedarf an lokalem Content zu befriedigen. Und der ist ja durchaus groß, da gibt es ja verschiedene, also das geht vom nachrichtlichen Bereich hin zu Sportthemen, das kann aber durchaus im, sag ich mal, Entertainment oder Unterhaltungsbereich sein. Diesen Markt gibt es durchaus, die Frage ist, ob es dafür diese Vielzahl an Lokalen braucht oder ob es dort eine Konsolidierung geben wird, das kann ich nicht beantworten, die Frage, mein Gefühl ist eher, dass es so eine Konsolidierung oder Bereicherung brauchen wird. Und das ist ja wieder ganz stark daran hängen, wie sie sozusagen auf der Gesetzgeber entscheidet in Richtung auf medienpolitische Gestaltungsrahmen. Ja, das wird eine große Rolle spielen und ich glaube, dass wir da die nächsten vier, fünf Jahre den ein oder anderen Aha-Moment erleben werden. Können wir auch gerne noch einmal kurz ansprechen, aber bevor ich mich dazu sehr verliere, würde ich nur gerne sagen, ich glaube, neben diesen sozusagen beiden Trends, nämlich einmal vom Pay in Richtung Free und Werbeerlöse und der Vermischung dieser Erlösströme und dem zweiten nämlich der Skalierung der Erlösströme, ist für mich der dritte eigentlich das spannendste Feld oder das spannendste Trend, nämlich die Frage, wie schaffe ich es denn, zusätzliche Erlösströme aufzumachen, die nicht aus Werbe- bzw. Bezahlmodellen und Skalierung kommen, sondern wie gehe ich denn in Zukunft, wie kann ich ein Ökosystem um meine Inhalte herumbauen? Das spricht ganz stark wieder mit dem Thema Digitalisierung, nämlich in dieser digitalisierten Welt habe ich natürlich eine perfekte Interaktionsmöglichkeit mit meinem Kunden, mit meinen Abonnenten, ich habe eine perfekte Lage und Sicht auf das Datengemenge, das ich darüber natürlich sozusagen verfügen kann und daraus noch Business-Modelle zu bauen und zu sagen, okay, was geht denn da eigentlich noch, das finde ich ist das eigentlich Spannende, was auch für die Lokalen übrigens auch die große Aufgabe sein wird. Also wie diversifizieren wir uns denn in diesen Erlösströmen weiter abseits dieser eh schon vorhandenen Möglichkeiten? Das kann für den einen natürlich sein, dass er seine Flucht nach vorne irgendwie sucht, okay, ich mache einfach zusätzliche Services im Sinne von, ich weiß nicht, ich biete jetzt nur Mobilfunk an oder ich gehe in Richtung mehr Telco-Infrastruktur anzubieten. Das kann auch sein, dass er sagt, okay, die Hintergrundinfrastruktur ist interessant, ich habe ein riesen Content-Management-System oder von mir aus ein physisches Studio, mit dem ich Vermietungserlöse erzielen kann oder ich mache Software-as-a-Service in diesem Medienbereich für kleinere Anbieter noch. Kann aber eben auch sein, dass man sagt, okay, wie kommt man in das Thema E-Commerce-Stärkung rein? Also es gibt wahnsinnig viele Spielarten und man muss sich auch da wieder für einen entscheiden. Ich glaube, man kann auch gar nicht sagen, man macht alles so ein bisschen mit, aber das finde ich eigentlich den spannendsten Teil und eigentlich das, wo die strategische Diskussion sich darum bewegen sollte. Weil mal ehrlich, ob du jetzt sagen sagst, okay, ich mache jetzt mal so ein bisschen zwei Werbeminuten rein, damit ich ein paar Werbeerlöse habe, das kannst du machen, ist alles sehr taktisch und du musst halt einfach darauf schauen, wie reagieren die Kunden auf sowas. Aber die eigentliche Frage, die eigentliche Weichenstellung beginnt für mich dort, was passiert abseits der klassischen, ich produziere Inhalte, die werden irgendwo gesehen und dafür wird in irgendeiner Form bezahlt. Was machen wir ansonsten nur mit unseren hunderttausend-millionenfachen Kontakten? Spannend, ja, weil mein Gefühl auch so ein bisschen das ist, dass ihr ja eigentlich auf einem total interessanten, sage ich mal, goldenen Nugget sitzt, das ja ganz viele andere gerne hätten, eben genau diesen Kundenzugang, ja, dass der vielleicht noch nicht überall zu hundert Prozent digitalisiert und customizable ist, das ist eine andere Diskussion, die hatten wir vorhin, aber das ist ja ein Asset, was es zumindest mal zu monetarisieren gilt, weil andere ja daran ein mega Interesse haben. Genau, genau das meinte ich ja. Also, Stand der Ding ist halt, dass du es schon monetarisierst, über entweder eben Abonnementgebühren oder über teilweise Werbeerlöse, aber diese Millionen an Kontakten kannst du ja nur in zigfach alles anders nützen. Und warum ist das nicht passiert bis dato? Ja, ich glaube es... Ich meine, auch da sind wir wieder mehrere Gründe sehen. Das eine ist natürlich, dass es in der Historie ja nicht notwendig war. Ja, also den Medienunternehmen ging es ja eigentlich immer relativ gut. Das war ein sehr sexy Business, würde ich jetzt mal sagen. Man hat da drinnen Spaß gehabt. Das war jetzt irgendwie was... Da war kein wahnsinnig Druck drauf bis vor wenigen Jahren. Man hat sich ehrlicherweise dann vor, sozusagen über diese ganze Covid-Pandemie-Zeit einmal so ein bisschen drüber gerettet, weil natürlich gerade in diesen Jahren das Thema Content und Content-Konsum noch einmal nach oben gegangen ist. Also man hat nicht diesen unmittelbaren Druck gehabt. Parallel dazu ist es glaube ich so, dass es schon auch eine technische Komponente gibt, dass einfach eine gewisse Datenklarheit und eine gewisse Datenanalysefähigkeit auch notwendig ist, um eben irgendwas drauf zu machen. Die war schlicht nicht da, die muss man sich aufbauen, technischer Art, aber auch organisatorischer Art. Und dann muss man auch dazu sagen, dass natürlich die regulatorischen Rahmenbedingungen entweder nicht da waren oder dem eher im Wege standen und noch stehen. Gerade in Europa haben wir natürlich immer das Problem, dass du ja nicht... Du kannst ja sozusagen nicht davon ausgehen, dass du in Österreich Dinge implementierst, die du nachher auch in Deutschland nützen kannst und vielleicht sogar nach Frankreich ausrollen, sondern du hast dann in drei Ländern wieder drei verschiedene Spezifikationen, was das Ganze einfach mühsam, komplex und kleinteilig macht. Und das sind alles so Hürden, die man jetzt wahrscheinlich nach und nach aufräumen wird müssen. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, das ist nichts, da gibt es jetzt nicht den einen Federstrich und alles ist gut, sondern es wird ein Prozess, wo viele, viele Räder ineinander greifen müssen. Aber man sieht durchaus, dass das passiert. Ja, finde ich spannend. Siehst du so neben E-Commerce da noch andere Themen? Also ich verstehe so die ganze technische Welt, sage ich mal, Teile sich rauszunehmen und dort aktiv zu werden. Und ich sehe natürlich schon unglaubliches Potenzial eigentlich, um die User Experience im Bereich E-Commerce nochmal ganz anders darzustellen, wenn ich direkt aus dem Film rauskaufen kann. Absolut. Das ist ein Riesenthema. Also ja, ich sehe schon noch, also ich glaube, das Thema E-Commerce ist schon eines der spannendsten und größten Themen, ehrlicherweise. Ich sehe aber noch zig andere Spielarten. Also wir versuchen ja auch Dinge. Also zum Beispiel, warum sollte eine bestimmte Entertainment-Hardware nicht als ein zentraler Hub für Smart Home irgendwann fungieren können? Also du hast dann irgendwo ein Device stehen, das vielleicht auch noch ganz schick ausschaut. Das hat eine Sprachsteuerung, das kann Sprachbefehle aufnehmen. Warum sollte das nicht als so ein Inhouse-Smart-Home-Gerät fungieren können? Oder wir versuchen auch gerade sozusagen über Skystream, das neue Produkt, das in Deutschland schon gelauncht ist, einfach die Custom Experience nochmal auf eine andere Ebene zu schrauben, indem wir mit unseren Partnern, also zum Beispiel Netflix und Paramount Plus, eben sagen, okay, wir können nicht mehr jeden Content selbst produzieren und nicht mehr jeden Content selbst einkaufen. Wir nehmen einen Partner auf diese Plattform über eine Metadatenaggregation und können damit die Customer Experience wieder auf eine neue Ebene heben, weil für den Kunden sozusagen wieder alles aus einer Hand angeboten wird. Das ist sozusagen jetzt so die vertikale Integration, die du dadurch machen kannst. Also ich glaube, es ist de facto unendlich. Man darf da nicht die Augen zumachen vor den Möglichkeiten, die es gibt. Ja, voll spannend. Das heißt, Geschäftsmodell technisch kommt viel auf euch zu in Zukunft. Absolut. Es wird nicht langweilig, aber bei all dem, was diskutiert wird, glaube ich, da wird man unter dem Strich auch nie vergessen, es geht um etwas ganz Einfaches eigentlich, nämlich, dass die Menschen da draußen gut unterhalten werden wollen. Die Frage ist nur, welchen Weg schlägst du dorthin ein? Sehr gut. Dann lass uns Richtung Zielgerade einbiegen. Wir waren jetzt gerade schon so ein bisschen in der Zukunft, vielleicht nochmal allgemeiner formuliert. Wo, glaubst du, geht sozusagen die Medienbranche in den nächsten zehn Jahren hin? Und was ist sozusagen deine Vision auch für euch da in dem ganzen Game dann? Also, ich fange mal mit der Vision für Sky Österreich in dem ganzen Game an. Ich sage das auch immer in jeder Runde. Ich sehe keinen Grund, warum es nicht ein Sky in jedem österreichischen Haushalt geben sollte. Vor dem Hintergrund, was ich eben erwähnt habe. Ich glaube, dass es darum geht, dass jeder Mensch gewisse Stunden am Tag einfach gut unterhalten werden will. Ob das alleine ist oder ob das mit der Familie ist, ob das zu Hause ist oder am Weg ist. Diesen Unterhaltungskarten wünscht sich jeder. Und wenn wir es auf der Seite der Inhalte, auf der Seite der Technik und Produkte und auf der Seite des Services schaffen, das herzustellen, und das wird die Aufgabe sein, dann ist die Vision genau die. Nämlich, dass ich irgendwann einmal durch Österreich fahre und das Gefühl habe, jeder Österreicher hat zu irgendeinem Zeitpunkt zumindest irgendwann einmal Sky abonniert und das Sky-Produkt bei sich zu Hause kommt. Das ist so das, worauf ich hinarbeite. Und ich glaube, für die gesamte Medienbranche wird es darum gehen, für sich selbst die notwendigen Entscheidungen jetzt zu treffen, zu sagen, okay, weiter wie bisher wird nicht funktionieren oder für den Großteil der Anbieter nicht funktionieren. Und welche Abbiegung muss ich jetzt nehmen, um in fünf bis zehn Jahren noch erfolgreich zu sein? Und das sind genau die Fragen, die man jetzt eigentlich alle durchdiskutiert hat. Es ist einfach nur sozusagen das Bewusstsein zu kriegen, ja, ich muss diese Entscheidung jetzt ernsthaft reschen. Cool. Dann die letzte Frage, die ist immer die Frage im Podcast. Was ist deine persönliche Secret-Source auf Innovation? An was glaubst du? Tatsächlich einfach nur der tägliche, morgendliche Spaziergang mit meinem Hund, weil du dort die Ruhe findest, um Dinge einmal wirklich durchzudenken und nachzudenken, weil du irgendwie, ich weiß es nicht, ist es vielleicht auch nur bei mir so, aber weil du irgendwie einen anderen Ort der Inspiration einfach dadurch findest, dass du diese Ruhe, diese Gelassenheit hast. und da komme ich meistens dann so nach der Stunde zurück und die Dinge, die vorher ganz schwierig erschienen, sind ein ganzes Stück weit einfacher geworden. Ah, cool. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Dank dir für die Zeit. Sehr spannend. Ist, glaube ich, einiges dabei. Ja, tausend Dank dir, Michael, für die Zeit. Hat Spaß gemacht. Ich sage vielen Dank und wünsche noch eine schöne Woche. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere und empfehle ihn gerne weiter. Folge auch unserer LinkedIn-Community The Secret Source of Innovation, um keine spannenden Episoden zu verpassen. In unseren regelmäßigen Podcast-Folgen auf Spotify, Apple und YouTube diskutieren wir mit Innovationsverdenkerinnen und Denkern, wie Organisationen und Unternehmenskultur gestaltet werden können, um für zukünftige Herausforderungen bestens gewappnet zu sein. Und wo man heute beginnen sollte, um sein Produkt- und Serviceportfolio von morgen erfolgreich zu machen.